Güde GIS 200 Ein Multifunktionsinverter-Schweißgerät für alle vier Hauptschweißverfahren. Elektroden, Schutzgas, Fülldraht und Wegschweißen vereint in einem Gerät. Der im Lieferumfang enthaltene hochwertige Schweißwagen bietet viele Ablagemöglichkeiten für das gesamte Zubehör. So befindet sich alles platzsparend an einem mobilen Ort und ist sofort einsatzbereit. Die erste Inbetriebnahme des GIS 200 ist kinderleicht. Die Gasflasche auf dem Wagen abstellen und sichern. Druckregler anschrauben und mit dem Gerät verbinden. Nach dem Öffnen der Gasflasche den Schlauch auf Dichtigkeit prüfen. Es können sowohl kleine Drahtspulen mit einem Kilo als auch große mit fünf Kilo verwendet werden. Für große Spulen wird der beiliegende Adapter verwendet. Der Widerstand der Drahtspule wird mittels einer Feder eingestellt. Dieser sollte sich im mittleren Bereich befinden. Vor dem Einführen des Drahtes die Polarität anhand des Drahtspulenetiketts anpassen. Den Spannmechanismus des Drahtvorschubs öffnen und die passende Vorschubrolle einsetzen. Draht einführen, Spannmechanismus schließen und den passenden Druck einstellen. Nach dem Einschalten des Gerätes die Schweißart MIG-MAC im Zweitaktbetrieb wählen und den Draht mit Hilfe der manuellen Vorschubtaste durchführen. Zur Drahtdurchführung sollten Strom und Gasdüse entfernt werden und das Schlauchpaket gestreckt sein. Anschließend Strom und Gasdüse wieder aufschrauben. Massekabel an Minus anschließen. Elektrodenhalter an Plus anschließen. Und schon ist das Gerät einsatzbereit. Vor dem Schweißen ist die passende Schutzausrüstung anzulegen. Hierbei empfiehlt sich das optional erhältliche Automatik-Kopfschweißschild als unentbehrliches Zubehör für den ambitionierten Schweißer. Einschalten. Abdunklung einstellen. Kopfband festziehen. Fertig. Für Arbeiten mit dünnem Material eignet sich am besten das Schutzgasschweißen. Bevor es ans eigentliche Schweißen geht, sollte das Material vorbereitet werden. Beim Anbringen des Massekabels am Werkstück immer genügend Platz zur Schweißstelle lassen. Die Einstellungen der Leistung und des Drahtvorschubs können am übersichtlichen Bedienpanel eingestellt werden. Das Einstellen der Gasmenge erfolgt anhand einer Faustformel. Drahtstärke mal 10 ist gleich Liter pro Minute. Beim Schweißen ist stets für gute Belüftung zu sorgen. Während und nach längeren Schweißarbeiten empfiehlt es sich ab und zu, die Gasdüse mit dem Schweiß- und Düsenspray zu reinigen, um ein Ankleben von Schweißpartikeln zu vermeiden. Das Gerät kann sowohl im Zweitakt für normale Schweißanforderungen sowie im Viertakt für Dauerschweißen verwendet werden. Beim Elektroschweißen kommen durch die unterstützenden Sonderfunktionen des GIS 200 selbst ungeübte Schweißer zu besten Ergebnissen. Hot Start für leichteres Zünden, Anti-Stick vermeidet ein Ankleben der Elektrode am Werkstück und Arc Force sorgt für eine konstante Stabilität des Lichtbogens. Dabei fällt der gleichmäßige und ruhige Lauf des Gerätes während des Betriebs auf. Die Inverter-Technik des GIS 200 macht es außerdem möglich, die Spannung auf bis zu 10 Ampere herunterzuregeln, um so auch extrem dünne Materialien zu schweißen. Zum Abklopfen der Schlacke eignet sich am besten der optional erhältliche Profi-Schlackenhammer. Durch die Möglichkeit, mit dem GIS 200 auch Fülldraht zu schweißen, ergibt sich ein vielseitiger und vor allem mobiler Schutzgaseinsatz für alle Anforderungen, selbst im Außenbereich. Da beim Fülldraht schweißen kein zusätzliches Gas notwendig ist, kann beispielsweise auf Baustellen auch bei Wind geschweißt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Polarität beim Fülldraht schweißen im Gerät umgedreht werden muss. Das optional erhältliche WIC-Schlauchpaket ergänzt schließlich die Möglichkeiten des Geräts. Hierfür wird die Masse an Plus angeschlossen und das Schlauchpaket an Minus. Das Gas wird, anders als beim Schutzgasschweißen, nicht am Gerät, sondern direkt am Schlauchpaket angeschlossen. Gerät einschalten, auf WIC stellen, die Gasmenge entsprechend den Anforderungen einstellen, schweißen. Grundsätzlich gilt, nach dem Schweißen Gas abdrehen, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Hochwertigste Komponenten und einfache Bedienbarkeit machen das Güde GIS 200 zu einem Schweißgerät für alle Anforderungen und sorgen selbst bei ungeübten Schweißern für überzeugende Ergebnisse. Ob in der Werkstatt, auf Baustellen, in Werkstätten, im kreativen Hobbybereich oder wo es sonst noch gebraucht wird. Dieses Maximum an Flexibilität macht die Anschaffung von teuren Einzelgeräten überflüssig und deckt alle aktuellen und zukünftigen Schweißaufgaben gleichzeitig ab.